Ich möchte den Abend eröffnen mit einem Stück, das man auf zwei Arten interpretieren kann. Man kann es als freundlich gemeintes Liebeslied sehen. Ich übe es gerne an als Stück, das aus der Sicht von Josef Fritzen konterniert wurde. Ich möchte den Abend eröffnen mit einem Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. Ich möchte den Abend eröffnen mit einem Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. Ich möchte den Abend eröffnen mit einem Stück, das ist ein 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 Stück. Das ist ein Stück, das ist ein Stück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020